So liebe Leute, mit kleiner Verspätung sind wir jetzt aber da. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live-Talk-Radio. Freie, zehn Nachts offene Talk-Runde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Nummer 0800 220 50 50 oder mailt domian.wdr.de und wenn ihr mailt, in die Mail unbedingt eure Telefonnummer reinschreiben. So, der erste Anrufer heißt Christian und der ist 27. Hallo Christian. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Bei mir geht's um meine Schwester, die jetzt heute genau vor zwei Wochen gestorben ist, an einer Überdosis. Heroin? Heroin, ja. In welchem Alter? 25. Ist sie geworden, also es wäre sie im März, wäre sie 26 geworden. Und der war ziemlich lang auch drauf, vier Jahre. Wussten wir auch alles, war alles bekannt bei uns. Und wir haben ihr auch geholfen, sie war jetzt zwei Jahre clean. Und dann kam jetzt überraschend eigentlich dann der Tod von ihr. Ach, sie war zwei Jahre clean? Ja. Die hat auch ein Kind auf die Welt gebracht, eine kleine Tochter. Und das war eigentlich das, wofür sie gekämpft hat die ganze Zeit. Das heißt, sie hat sich bewusst das Leben genommen? Nein, wir unterstellen ihr keine Absicht dabei. Wahrscheinlich war es Selbstüberschätzung. Sie war, so wie es aussieht, war sie erst ein paar Wochen wieder drauf. Und ja, wir haben es ja nicht mitbekommen. Wir haben nicht gemerkt davon. War sie alleinerziehend? Nein, sie war mit ihrem Freund zusammen. Ja, wie alt ist ihr Kind? Ein Jahr und drei Monate. Ein Jahr, drei Monate. Ja, das kann man jetzt, das ist, ich weiß nicht, wir verstehen es nicht. Und das, warum, wieso, wir haben es schon mal geschafft, dass wir wegkommen von dem Scheiß. Dass es einfach kriegen geworden ist, wir haben ihr geholfen. Ich habe sie bei mir wohnen lassen auch. Meine große Schwester hat ihr geholfen. Wir sind vier Kinder. Ja. Also jetzt nur noch drei. Und ja, wir haben gekämpft und getan und gemacht. Hat denn ihr Freund etwas mitbekommen, dass sie wieder drauf ist? Er sagt nein. Glaubst du es ihm nicht? Wir wollten ihn jetzt auch noch, ja, ehrlich gesagt nicht, aber wir wollten ihn jetzt noch nicht so richtig bombardieren und noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und dann wollten wir noch mal mit ihm so ein bisschen sprechen. Wo hat sie das denn getan? Zu Hause. Und wer hat sie gefunden? Ihr Freund. Hat sie es getan? Obwohl oder? Obwohl ihr Kind auch anwesend war? Nein, die Kleine war bei den Großeltern. Die haben sie weggegeben, also für eine Woche zu den Großeltern gegeben. Dass sie halt auch mal für sich wieder eine Woche hat, ein bisschen entspannen und ja. Das heißt, ihr Freund kam dann irgendwann nach Hause und sie lag tot in der Wohnung? Das war auf jeden Fall seine Geschichte, dass er unterwegs gewesen ist, dann ist er nach Hause gekommen, hat sie so vorgefunden und hat auch versucht, sie wiederzubeleben, hat sie gleich ins Bad gepackt, kaltes Wasser hat halt alles getan, eine Viertelstunde lang hat er probiert und gekämpft und gemacht, hat dann einen Notarzt gerufen, die sind dann gekommen, haben natürlich auch weiter versucht, Infusionen gelegt und auch versucht, wieder wiederzubeleben. Und ja, 1.25 Uhr haben sie jetzt dann nur noch den Tod feststellen können. Hast du irgendeinen Zweifel an seiner Geschichte? Ja. Inwiefern? Dass er nicht da gewesen sein soll, das glaube ich nicht. Dass er nichts mitbekommen hat, das glaube ich nicht. Du hältst es ja möglich, dass sie in seiner Anwesenheit die Spritze gesetzt hat? Ich halte es für möglich, ja. Hältst du es auch für möglich, dass er sich auch gespritzt hat? Das halte ich auch für möglich, ja. Wie ist denn überhaupt die Situation, was ihn anbelangt? War er auch immer wieder mal drogenabhängig? Ja, er hat auch, wie nicht für dieselbe Vorgeschichte, auch drogenabhängig. Er kam aus einer anderen Stadt und ist extra aus der anderen Stadt eben weggegangen, weil er hier auch sauber werden wollte, hat dann meine Schwester kennengelernt. Die haben das eigentlich auch super geschafft, alles super gemeistert. Das Kind ist auf die Welt gekommen, sie waren glücklich und sie haben eine neue Wohnung bekommen. Die Zeichen standen alle auf gut. Wie auch immer, vielleicht war er dabei, vielleicht hat er es mit ihr zusammen gemacht. Das Unglück bleibt jetzt, wie es ist. Deine Schwester ist verstorben. Ja. Welches Verhältnis hattest du zu ihr? Es klingt eigentlich als ein sehr gutes und nahes Verhältnis. Sehr, sehr gutes sogar, ja. Ja, in der Kindheit hat es halt auch ein paar Probleme gegeben. Sie wurde missbraucht von ihrem Vater und das ist der Grund auch, warum sie dann drogenabhängig geworden ist, weil sie das einfach nicht verkraftet hat. Und der hat sich halt über die Jahre hinweg gezogen. Sie war halt, man hat schon gemerkt, sie war auch unglücklich. Ihr Leben lang war sie eigentlich unglücklich immer. Ja. Das einzige Glück, was ich eben hatte, das war ihre Tochter, aber das war anscheinend nicht genug. Jetzt hast du gesagt, dass ihr euch auch so viel Mühe gegeben habt und ihr euch sehr um sie gekümmert habt, sie unterstützt habt und so weiter. Ich habe sie zweimal irgendwie zu Hause aufgenommen. Ja. Das heißt, wenn man so nah an einem Drogenabhängigen, an einem abhängigen Menschen ist, saugt das ja selbst auch sehr viel Energie aus einem Selbst heraus. Das tut sehr, weil man eigentlich Tag ein Tag aus eigentlich nur daran denkt, was ist mit der Person. Jetzt ist ein Kind auf die Welt gekommen, was die Umstände noch gravierend verändert hat. Hast du auch Zorn auf deine Schwester, dass sie sich halt so gehen lassen hat? Ja, ich habe irgendwo, das mischte ich, Trauer und eine Stinkwut auch auf sie, dass sie so leichtsinnig und blödsinnig einfach gehandelt hat für mich. Sie wusste, dass sie wieder zu uns kommen kann und dass wir wieder kämpfen würden und ich weiß es nicht. Sie hätte den Mund nur aufmachen müssen und ihr hättet wieder geholfen. Ja, natürlich. Natürlich, weil das Kind auch da ist. Ja, ich bin wegen dem Kind auch wegen ihr und weil wir einfach so ein gutes Verhältnis haben und so ein festes Band einfach, was wir hatten, und auch schon durch die Kindheit, weil es eben so ein bisschen problematisch war bei uns. Wir hatten einfach eine innige Beziehung, einfach mal eine richtige, eine gute Bruder-Schwester-Beziehung. Ja. Wir hatten über alles reden können, wir haben täglich telefoniert miteinander, wir haben uns alle zwei, drei Tage gesehen und getroffen mit der Kleinen. Hat die Beisetzung schon stattgefunden? Die war letzte Woche Mittwoch, ja. Ah ja. Wie hast du das empfunden? Ja, hart war sie halt, aber auf der anderen Seite auch wunderschön. Es waren sehr viele Leute da, sehr viele Freunde und Bekannte waren da. Und ja, der Abschied war, der Abschied war echt das Schönste, das war eine sehr schöne Beerdigung. Wie wird jetzt dein Verhältnis zu dem Freund sich entwickeln? Was meinst du? Ja, im Moment ist es so, wir machen uns schon Sorgen. Er war jetzt über drei Jahre, jetzt war es mit ihr zusammen, hat ihm auch das Kind mit ihr zur Welt gebracht. Und ja, er hat eigentlich schon, durch ihn ist sie auch nochmal richtig stark geworden, weil er eigentlich auch anpacken wollte. Zumindest hat er es am Anfang den Eindruck halt gemacht. Und er hat uns halt auch überzeugt damit und die haben zusammen, haben sie gekämpft, haben den Zug gemacht, waren im Programm beim Arzt mit Methadon und dem ganzen Schmarrer, was da alles gibt. Und sie war auch auf Null und ja, und wir machen uns schon, irgendwo machen wir uns Sorgen ein bisschen um ihn, dass er jetzt auch komplett abstürzt. Und aber ja, allzu viele Gedanken verwenden wir dann doch nicht auf ihn, also hauptsächlich halt auf meine Schwester im Moment. Ja, was passiert mit dem kleinen Kind jetzt? Das Kind ist im Moment bei den Großeltern, der bleibt jetzt auch erst vorerst. Und ja, da ist sie auf jeden Fall super aufgehoben erst mal. Hast du denn in der Familie so das Gefühl, dass ihr euch gegenseitig etwas auffangen könnt in eurer Trauer? Ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt in den letzten zwei Wochen sind wir nochmal ein Stückchen zusammengerückt. Das ist genauso wie gestern, also gestern war es, ich habe gestern ja angerufen auch schon und ich habe dann heute auch zufällig erfahren, meine Mutter ist ein sehr großer Fan und wollte auch gestern, wir haben beide gestern gleichzeitig angerufen am Abend und wollten hier dieselbe Geschichte erzählen und haben aber beide voneinander nichts gewusst, dass wir beide eben anrufen wollen. Das ist ja verrückt. Das ist ja, ich achte auch auf so kleine Zeichen irgendwie. Vorher habe ich nie an sowas geglaubt, irgendwie am Leben nach dem Tod oder sowas, aber jetzt denke ich da schon ein bisschen anders. Ich achte ja auf so kleine Zeichen irgendwie, die vielleicht von ihr kommen könnten. Ich stelle es mir sehr schwer vor, es ist ja schon unaussprechlich schlimm, wenn man einen Menschen verloren hat, aber dann auch noch letztendlich so das Gefühl, der Wut auch noch auf diese Menschen zu haben, das wird sich ja eine ganze Weile dauern, ehe ihr euch da sortiert habt oder du auch dich selbst und so eine klare Haltung auch zu deiner Schwester entwickelst. Ja, natürlich hat man Zorn, andererseits macht jemand das auch nur, wenn sie es bewusst gemacht haben sollte, aus einer ganz großen Not heraus nur. Die Frage des Warum ist einfach bloß was bedrückt und... Es gibt keine Briefe, gar nichts, keine Hinterlassenschaften, gar nichts. Nein, es gab, es gab, sie hat natürlich ihre Notizen gemacht, ihre persönlichen in ihr Tagebuch, aber auch da war nicht wirklich was Eindeutiges zu erkennen. Hältst du es denn wirklich für möglich? Ich meine, sie hat ja eine Drogenkarriere und weiß, um die Dosierung und so weiter, dass es ein Versehen war? Sie hat sich, wir denken, sie hat sich überschätzt. Sie hat auch aufgrund ihrer psychischen Probleme, hat sie auch Antidepressiva bekommen. Achso. Dann hat sie vor Abend, Silvester, hat sie natürlich gefeiert, hatte wahrscheinlich noch Resalkohol drin und diese ganze Mischung wahrscheinlich... Das heißt, sie war vielleicht gar nicht wirklich richtig zurechnungsfähig, als sie es getan hat? Sehr wahrscheinlich, ja. Ich habe auch zweimal mit ihr telefoniert an dem Tag, am ersten dann, in der Früh einmal, da war sie klar, richtig klar und fit war sie und keine Ahnung, man konnte richtig normal mit ihr reden und am Abend habe ich dann nochmal so gegen 19 Uhr mit ihr telefoniert und da war sie schon so ein bisschen dull, fand ich. Aber da habe ich mir nichts dabei gedacht, weil ich ja wusste, dass sie die Antidepressiva aufnimmt und da hat sie immer so ein bisschen so Wahrnehmungsschwierigkeiten gehabt, Raum, Zeit hat sie nicht mehr richtig auseinanderhalten können. Sie hat auch in und wieder dummes Zeug einfach gebrabbelt auf diese Antidepressiva und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat sie wieder so eine Antidepressiva genommen und wird schon alles okay sein. Das heißt, die Wut kann man schon dämpfen, weil es sich wirklich um eine seelisch kranke und angeschlagene Frau gehalten, gehandelt hat. Und es war keine Frau im Besitz ihrer geistigen Fähigkeiten, die jetzt gesagt hat, ich nehme mir das Leben, so kann man es nicht sehen. Wir unterstellen ja auch keinen Selbstmord dabei. Also eine sehr schlimme Situation für die Familie. Das heißt, für euch bleibt jetzt, das Allerwichtigste ist, dass ihr euch jetzt sehr gut um das Kind kümmert. Das haben wir auch versprochen. Das ist auch komisch. Zu meiner großen Schwester hat sie vor zwei Monaten gesagt auch und ein paar Mal auch gesagt, wenn mal irgendwas mit mir sein sollte, bitte ich dich, kümmere dich um die Kleine, weil ich weiß, dass sie bei dir in den besten Händen sind. Also ist das der letzte große Dienst, den man für sie auch tun kann, dass man sich für das Kind alles... Für uns lebt er sie auch jetzt ein Stück weit oder ein großes Stück in ihr weiter, weil wenn ich die Kleine anschaue, dann sehe ich natürlich auch meine Schwester. Lieber Christian, möchtest du vielleicht noch ein Gespräch mit meiner Psychologin haben? Kann ich machen, gerne, ja. Ja, dann würde ich dich bitten aufzulegen und Simone ruft dich zurück. Ich wünsche deiner Familie viel Kraft und alles Gute und es tut mir sehr, sehr leid, was bei euch passiert ist. Ja. Sehr leid. Ich danke dir, Julian. Alles Gute von Herzen. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. So, Lieber, an dieser Stelle möchte ich mal kurz hier unsere Sendung unterbrechen und möchte an meine sehr, sehr nette Kollegin und auch sehr gute Bekannte. Gabi Köster, die besten Genesungswünsche von hier aus sagen und ausrichten. Liebe Gabi, wir wünschen dir hier das gesamte Domian-Team wirklich von ganzem, ganzem Herzen alles Gute. Komm bald wieder auf die Füße. Wir sind bei dir und wir wünschen dir wirklich die schnellste und beste Genesung. Alles, alles Gute. Alles Liebe, Gabi Köster. So, weiter geht es mit Franco. Franco ist 20 Jahre alt. Hallo Franco. Ja, hallo Domian. Franco, um was geht es denn bei dir? Ja, um meine Freundin. Ja, ich weiß gar nicht eigentlich, wo ich anfangen soll. Das sind so viele Probleme. Das eine weniger groß, das andere etwas größer. Na, fangen wir mit dem Größten an. Das größte Problem, ja. Also ich bin seit zwei Jahren, bin ich mit meiner Freundin jetzt hier zusammen. Und es hat am Anfang, hat das ja alles wunderbar geklappt. Und die Frau sah wunderschön aus und hatte viele Interessen, die ich auch hatte. Und umso länger ich dann mit der zusammen war, hat die sich immer mehr irgendwie, immer weiter zurückgezogen. Also mit der war nichts mehr los gewesen. Stubenhocker sowieso, mit der konntest du nicht mehr weggehen. Nur noch Computer war für sie aktuell und mit ihr konntest du auch gar nicht reden. Und jedenfalls, das waren dann auch so die kleineren Dinge. Das größte Problem, sie hat total die mangelnde Hygiene. Das heißt, genau. Das heißt, sie wäscht sich unregelmäßig. Es ist manchmal schon so, dass wenn wir ein Thema werden wollen zusammen, dass ich einfach durch den Geruch her schon gesagt habe, und du, ich habe heute keine Lust oder so, das ging überhaupt nicht. Sie ist in einer Einzelhandelsbranche tätig und da arbeitet sie manchmal auch schon über Stunden am Tag. Und sie kommt dann zwar geschafft, was ja auch jeder versteht, nach Hause. Aber Einzelhandel, Entschuldigung mal, Einzelhandel, das heißt, da hat sie mit vielen Menschen zu tun. Und sie sind auch mit ihren Kollegen und so sehr nah. Da müssen die das auch merken, wenn die Freundin stinkt. Ja, sicher. Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich weiß nicht, wie sie das hat. Also frische Sachen zieht sie an. Das ist ja auch das Ding, sie dieselt sich dann mehr mit Deo ein. Ach so. Das heißt nur du, wenn du wirklich ganz nah an ihr dran bist und in einer intimen Situation, dann fällst du fast in Unmacht vor Gestank. Ja, so ist das. Mir ist es ja selber unangenehm, jetzt selber als Freund zu sagen, du, wasch dich mal, du riechst penetrant. Hast du es trotzdem gesagt? Das habe ich ihr mal gesagt. Aber ich habe es ja noch so im Spaß gesagt. Ja, ich weiß, aber ich bin so geschafft von der Arbeit, ich gehe morgen duschen. Die verschiebt das dann auf den nächsten Tag. Also das heißt, ist ihr schon bewusst, dass sie sich nicht wäscht und ist zu faul dafür? Kann man zu faul dafür sein, sich zu duschen? Ja, ich weiß es nicht. Baden ist doch angenehm. Ich denke ja eigentlich normalerweise, die Frauen, die sind die säubersten Menschen eigentlich. Ach, da gehen wir auf eine Darmentoilette. Dann wird da aber ein anderes belehrt werden. Ja, da durfte ich leider als Mann nicht rein. Das ist ja das Problem. Ja, aber so habe ich bisher immer gedacht. Vorne hui und hinten phui, ne? Ganz genau so ist das. Ja, aber das ist ja kein Zustand. Das geht ja nicht. Man kann ja nicht mit einer Frau zusammen sein, die sich nicht wäscht. Gut, da vergeht ja wirklich jeder Spaß am Sex. Wie oft habt ihr überhaupt noch Sex? Oh, wie oft haben wir Sex? Also mittlerweile, also ich bin ja auch nicht immer bei ihr, aber das, was ich bei ihr bin, das ist maximal, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich das sage, da habe ich manchmal ein bisschen was getrunken. Also unter Alkohol, sage ich mal, da rieche ich dann auch nicht mehr viel. Also dann kann ich das vielleicht über mich ergehen lassen. Okay, die Frage war, wie oft? Ja, einmal, vielleicht zweimal in der Woche im Höhenfall. Ja, ist aber kein Zustand, kann ja nicht so weitergehen. Ja, und wenn sie das schafft, sich zu waschen, dann ist es so, dann rasiert sie sich nicht mehr. Normalerweise rasiert sie sich ja die Beine, hat sie am Anfang gemacht, ja mindestens zwei, dreimal in der Woche, da war noch gar nichts zu sehen und die hat sie trotzdem rasiert. Jetzt lässt sie das momentan wachsen. Ja, ich denke, gut, es ist Winter, es ist kalt draußen, aber gut, dass ich die Unterhose anziehen. Ja, aber nein, das sieht man wirklich schon, dass da diese dunklen Stoppeln da aus dem Bein rauskommen. Ja, und ich sage dann mal wirklich, du kennst mal wieder, ja, ich muss mir erst neue Rasierer kaufen. Ja, so, das war das große Problem. Sag mal, Stichwort zu dem kleinen Problem. Ja, das Stichwort zu dem kleinen Problem sind ja, dass mit ihr kann man keine Unterhaltung mehr führen. Ja, alles, was sie betrifft, da muss man zuhören. Was ich sage, das zählt für sie nie, sofort Themawechsel wieder zu ihrem Problem. Achso, das heißt, das ist so eine Frau, die gar nicht über sich redet und redet und wie ein Wasserfall redet. Genau. Und aber null interessiert daran ist an einem anderen Menschen und null daran interessiert ist, ob der Gegenüber daran interessiert ist, was sie erzählt. Ganz genau, so ist das. Ich verstehe es selber nicht, warum es so ist. Ja, aber wenn sie mir irgendwas erzählt, ja, dann sind es nur diese Klinigkeiten. Ach, heute auf Arbeit war das so, da haben wir das gemacht und das. Ja, da denke ich, ja gut, okay, ja, alles klar. Ich habe manchmal schwerwiegendere Probleme, wenn ich über meine Arbeit rede oder sage, was ich gerade für Probleme so habe. In meiner Freizeit gerade so Amtengänge oder sowas erlebt. Das interessiert die gar nicht. Ja, also, äh, Franku, das ist aber alles, klingt aber alles nicht, nicht sehr dolle, äh, äh, als Beziehung. Das klingt alles eher, als wäre das, weil das Ende der Beziehung. Ja, ich, ich liebe aber diese Frau. Und ich habe es schon oft immer mit Reden und Reden und Reden probiert, ähm, aber ich kann von dieser Frau nicht loslassen, das ist das Problem. Ich, äh, lieber würde ich noch 500 Mal nochmal auf sie einreden und sagen, mach das endlich, die macht es dann letztendlich. Okay, dann red 500 Mal ein. Ja. Was unterhalten wir uns dann? Äh, ja, na ja. Weißt du, wenn du, wenn du so sagst, äh, äh, ich meine, das ist immer so eine Aussage, man beklagt sich endlos über, über, über eine Person und sagt, ja, aber ich liebe diese Person. Okay, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, und Tschüss. Dann, dann mach halt alles irgendwie, lass alles so weiterlaufen. oder aber, äh, äh, setz dich nochmal so richtig ins Zeug und versuche, dass, dass diese Person sich wirklich etwas ändert, äh, weil das kein Zustand ist, so wie du es gerade beschrieben hast, beides, beides, was du erzählt hast, ist kein Zustand. Und dann muss man gucken, ob diese Person bereit ist, ein bisschen, äh, von, von ihrer, von ihrer Position wegzugehen. Nur so funktioniert es. Ich sag dir, wenn, wenn sie nicht von ihrer Position weggeht, wenn alles so weiterläuft, bist du sowieso weg nach einer gewissen Zeit. Da redest du dir dann ein paar Mal ein, äh, ich liebe die, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, und dann hast du so einen Hals und so die Faxen dicke, dass du sagst, Tschüss. Daher finde ich, dass man frühzeitig versuchen sollte, dann noch irgendwie was, was zu verändern. Wenn du dir, wenn du ihr nicht nur freundlich sagst, ach Schatz, geh doch mal duschen. Sondern wenn du dir das vielleicht ein bisschen härter sagst, wenn das so weitergeht, ich ekel mich vor dir. Ich kann nur noch mit dir schlafen, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich kann nur noch im Suff mit dir schlafen. Also ich meine, das muss ja der letzte Depp dann merken, dass, äh, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, das ist richtig. So, und das andere, wenn sie dir endlos die Ohren zuschwallert mit ihren Sachen, auch da würde ich dann mal ein bisschen härter werden und ihr sagen, pass mal auf, wir haben eine Liebesbeziehung. Dazu gehört, dass der eine dem anderen zuhört und der andere dem einen zuhört. Wenn die das hinkriegt, ja, mir zuzuhören, dann ist es ja meistens dann immer so, dann verarbeitet sie die Information von mir gar nicht, sondern sie nimmt das alles zwar auf, aber hat es im nächsten Augenblick schon wieder vergessen. Ja, und wenn ich sie dann mal wieder darauf anspreche, ach, was hast du mir das erzählt? Ja, kann man auch eine ganze, kann man auch eine Weile mitmachen, irgendwann geht das auch nicht mehr, weil es zeigt ja auch eine Ignoranz. Es ist ja auch eine Respektlosigkeit dir gegenüber. Es ist ja so ein ganz, ganz plumper, platter Egoismus, ein Egozentrik, sich einfach da so rauszuknallen, ohne Rücksicht auf Verluste. Also, Franco, da musst du ein bisschen, ich glaube, du bist ja ein zu gutmütiger Typ. Ja, ich weiß nicht, ja. Habe ich einen Eindruck. Eigentlich ist es so, ja, aber... Ich finde, du hast das Recht dazu, härter zu sein und es ist auch richtig so, härter zu sein. Ja, selbst wenn du mit einer gewissen Härte Gefahr läufst, sie zu verlieren, ja, dann verlierst du sie. Dann ist es aber auch begründet. Ja. Ich sehe das wahrscheinlich immer so viel zu optimistisch in ihrer Gegenwart dann halt so. Ja, du hast auch... Wenn ich dann manchmal so hart geworden bin zu ihr, wegen anderen Sachen, wo wir uns dann mal wirklich gepetzt haben, dann denke ich immer hinterher, vielleicht war ich hier wieder zu grob zu ihr. Weil sie fängt dann bei jedem ein bisschen an zu weinen und tut sich dann so ungerecht behandelt. Ja, da musst du mal sagen, heule, wenn du alleine bist, wenn ich meine Anwesenheit. Ist zwar auch hart, aber wenn Tränen dafür nur benutzt werden, eingesetzt werden, den anderen weich zu kochen, bereitet mir das auch wieder eine heftige Wut, wenn ich sowas mitbekomme. Das macht keine Rührung mehr aus, sondern nur noch Wut. Franco, du musst jetzt ein bisschen härter rangehen. Rede, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Und die junge Dame muss in die Badewanne. Und zwar, die muss täglich in die Badewanne. Ja, das möchte ja eigentlich sein. Ich weiß noch nicht, ob sie vorher vielleicht Wasser sparen wollte oder so. Nein, die ist wahrscheinlich einfach... Die ist so faul, so wie du mir das gerade beschrieben hast. Die ist einfach zu faul dafür. Geht aber zusammen baden, ist ja auch lustig. Ja, dann ist ja das Problem. Dann sehe ich ja ihre wachsenden Haare da, ja, in dem Wasser. Da habe ich ja, da denke ich doch, unten unter dem Wasser sind Wassereigen. So wie das dann aussieht, das geht ja dann nicht. Ja, das musst du ihr dann auch alles genauso erklären, dass du laufen gehst, wenn du den Dschungel da unten siehst. Ja. Naja, und so weiter. Du musst handeln, Franco. Alles Gute. Ja, ich danke dir, Domian. Alles Liebe. Tschüss. Alles klar. Tschüss. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer. Wenn ihr mich erreichen wollt. Telefonisch, sonst mailt bitte domian. Etweder r.de plus eure Telefonnummer. Und bitte die Mails nicht so lang verfassen, sondern nur kurz, damit die Kollegen nicht so viel Zeit brauchen. Denn das geht ja alles ziemlich schnell und hektisch hier bei uns dann während der Sendung im Hintergrund. Und Tanja ist hier. Tanja ist 34. Guten Morgen. Ja, hallöschön, Domian. Erstmal frohes neues Jahr, ne? Ja, danke dir auch. Sehr nett, dass du es sagst. Tanja, um was geht es denn? Es geht um das Thema, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ach, ja, ja. Das würde ich mal gerne... Das haben wir gestern schon mal angesprochen. Das wäre jetzt interessant, wie viele von meinen Zuschauern und Zuhörern das auch gucken oder das geguckt haben. Das kann ich gar nicht einschätzen. Ich weiß es nicht. Ich denke, das wären schon einige. Ja, also diese Einschränkunden sind exorbitant, was einen wundert. Das scheinen wirklich sehr viele Leute auch durch alle Alters- und Bildungsschichten kreuz und quer zu sehen. So zum Beispiel auch unsere Tanja. Genau. Die guckt das auch. Richtig. Ja, das ist auch, ich denke mal, eine gewisse Schadenfreude und eventuell so minimaler Voyeurismus. Ja, aber hallo, nicht nur minimaler, ein ganz großer. Geht so. Ja, natürlich. Warum guckst du es? Ich gucke das eigentlich, um mich aufzuregen und um mich darüber lustig zu machen, denn ich habe das Gefühl, die sind alle nur da, weil sie einfach Kohle brauchen. Vielleicht hat auch Peter Zwegert die beraten oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl. Ja, die brauchen Kohle oder die sind einfach scharf auf Presse und Fernsehen und so etwas. Wobei da manche Leute bei so, wo ich denke, warum tun die sich das an? Bartha Illich zum Beispiel. Bartha Illich für die Jünger und das Hinweis, das ist so eine der ganz großen Schlagerbarden der 70er, 60er, 70er Jahre. Der Mann hat in seinem Bereich sehr großen Erfolg gehabt, hat wahrscheinlich sehr viel Geld verdient. Wobei ich nur ein Lied von ihm kenne und das ist Michaela. Michaela, ja, natürlich. Aber immerhin. Und er ist fast 70 Jahre alt. Warum tut er sich das an? Warum tut er sich das an? Ich meine, er liegt ja auch immer ganz erschöpft irgendwo in der Ecke auf der Hängematte und er tut einem leid. Er ist ja ein sentiment. Ich finde, er kommt ausgesprochen sympathisch rüber. Schon. Keine Frage. Aber ja, die Frage stelle ich mir nämlich auch. Warum ist gerade so ein Mann mit da in diesem Camp? Vielleicht ist er einfach bequatscht worden von RTL und der wusste gar nicht, hat das gar nicht richtig ermessen, was da auf ihn zukommt. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wen findest du denn von den Insassen am sympathischsten? Eike Immel. Eike Immel, der ist Fußballer. Ich finde, er ist am humansten, der hält sich zurück. Okay, sein Hygieneproblem. Oder, ja, Eike könnte sich zusammentun mit der Freundin von Franco gerade. Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht. Eike Immel wäscht sich nämlich nicht. Doch, am fünften Tag jetzt hat er sich mal gewaschen. Ja, aber so doll war das nicht, was wir da gesehen haben. Aber immerhin, fünf Tage hat er nicht geduscht. Klaff. Das heißt, man kann auch duschen unter einem Bach, für die Leute, die das nicht kennen. Mhm. So, wer ist der für dich unsympathischste? Julia Biedermann zum einen. Ja. Denn, ähm, hast du das mitbekommen mit den Playboy-Fotos? Ja. Das ist ja wohl... Hat sie sich geschämt? Also, dieser Management auf jeden Fall. Die haben nochmal ganz schnell alles irgendwie rausgezuckt, was zu machen ist. Ja. Schnell irgendwie beim Playboy angerufen. Dann, zack, ins Camp. Mal gucken, was als nächstes kommt. Und die sieht doch wohl furchtbar aus, ungeschminkt, oder? Ja, Gott. Was heißt furchtbar? Oh. Ja, also, wir wollen aber nicht urteilen. Ich glaube, wir alle sehen ziemlich scheiße aus, wenn wir da ein paar Tage in dem Camp liegen würden. Aber nicht so. Also, das finde ich schon extrem. Wie findest du denn? Mein Liebling ist ja, Liebling in Anführungszeichen, ist ja Frau Herzsprung. Oh Gott, Jesus. Oh, die Frau, die geht gar nicht. Warum nennt sie sich Star? Sie ist doch eigentlich nur bekannt durch ihren Alkoholismus, beziehungsweise durch ihren Ex Bernd Herzsprung. Durch ihren Ex, ja. Alkoholismus weiß ich jetzt nicht. Wollen wir auch keine falschen Gerüchte verbreiten. Das war ja auch allgemein bekannt. Achso, weiß ich gar nicht. Okay, aber durch ihren Ex-Mann ist sie bekannt. Und was hat sie in diesem Camp zu suchen? Sie ist doch kein Star. Eigentlich nicht. Nö. Aber heute, heute hat Barbara Herzsprung, meine Lieben, falls ihr das nicht gesehen haben solltet, es gab so eine Prüfung, da musste Björn Hergen schimpft, der auch dabei ist. Wie findest du den denn übrigens? Den finde ich eigentlich ganz okay. Der sagt, was er denkt. Ja. Und ich denke mal, der trägt sein Herz am richtigen Fleck. Ja, aber so ein bisschen muffelig immer, ne? Aber ich finde das ganz gut. Der bringt da ein bisschen miese Stimmung da auch rein. Okay, also die beiden mussten heute Aufgaben da machen und die mussten heute zusammen eine Aufgabe machen und da mussten die verschiedene Dinge essen. Ekelhaft. Ekelhaft. Und Barbara Herzsprung, da blieb mir wirklich das Herz verstehen, musste einen so großen, also für die Radiozuschauer vielleicht Durchmesser von 15 Zentimeter und breit vielleicht 10 Zentimeter, frischen, aber ungekochten Känguru-Hoden essen. Ekelhaft. Und die hat das gegessen. Und vor allen Dingen extra den Mund noch aufgemacht, damit man auch sieht, wie der Schleim dann da rausfließt. Und die hat das auch runtergeschluckt, ne? Die hat alles gemacht. Bis auf die Augen. Bis auf die Augen. Es gab ja noch dann Krokodilaugen, frische Krokodila-Homzels. Über was reden wir hier? Was für einen Scheiß wir hier reden, ne? Mann, oh mein Gott. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Nein, es ist wirklich, finde ich, eine Unterhaltungsshow und wer so drauf ist und da mitmacht, ist selbst schuld. Und ich finde es toll moderiert von Dirk und Sonja. Ja, den Dirk Bach, den finde ich sowieso, den fand ich schon immer klasse. Die Sonja-Titelung ist nicht so ganz meine Abteilung. Ja, aber dass die beiden das so selbst, dass die sich selbst auf die Schippe nehmen und die Show selbst durch den Kakao ziehen. Ich glaube, dadurch wird das ganze Format interessant. Wenn die das todernst moderieren würden, wäre das grauselig, glaube ich, das Ganze. Was ich recht gut fand, dass die Sonja Zietloff das heute angesprochen hatte mit den Fotos im Playboy. Beziehungsweise sie hat ja nur gesagt, ja, ich habe Bilder von dir gesehen. Das fand ich ganz klasse, dass das so geäußert hat. Weil die hatte sich ja recht zurückgenommen. Ja, sie war zu feige, das da im Camp zu erzählen. Richtig, genau. Und das fand ich gut, als sie es dann angesprochen hatte, muss ich sagen. Wie dumm muss man denn sein, dass man sich nicht denkt, dass das vom Fernseher von RTL dann wirklich genüsslich ausgeschlachtet wird, wo da überall die Kameras hängen, wo die sitzen. Richtig, eben. Und ich glaube, bei der Schafrath und bei dem Immel, da geht was. Dass da noch irgendwas passiert. Übrigens finde ich Frau Schafrath so eine patente, nette Frau. Ja doch, also bis jetzt macht es einen recht sympathischen. Ja, ich muss mein Bild da revidieren. Ich hatte früher so meine Aversion und dachte, naja, also ein ausrangierter Pornostar. Und ich war übrigens erstaunt, dass sie nur zwei Jahre als Pornostar gearbeitet hat. Ich auch. Ich habe ja gesagt, das hat sie schon immer gemacht. Ja, ich dachte auch so, so à la Teresa Olowski oder so, die das dann 20 Jahre gemacht haben. Zwei Jahre nur. Ja. Und dann hat sie immer eine ganz schöne Karriere hingelegt. Ja, stimmt. Also muss man ja sagen. So, wer ist denn für dich dein Favorit? Wem würdest du es am ehesten gönnen, dass er oder sie es schafft? I.K. Immel. Dem gönne ich das. Dem gönnst du das? Das finde ich nett soweit. Ich glaube, der hat es finanziell auch sehr nötig, weil er irgendwie völlig blank ist. Wie alle quasi, die da drin sind. Ja, man weiß es nicht genau. Ich denke schon. Ja. Weil, nee, also das sind ja wirklich, die sind doch alle in Vergessenheit geraten. Die Julia Biedermann, die habe ich nur noch in Erinnerung durch Ich heirate eine Familie. Die hatte ich völlig vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich auch. Ja. Und das kleine Mädchen, diese... Lisa Bund. Ja, Lisa Bund. Ja, ich denke mal, bei ihr ist das mit dem Singen, hat es noch nicht so ganz gefunkt. Und aufgrund dessen macht sie das jetzt, um jetzt so rauszukommen. Oder beziehungsweise mehr wieder in die Öffentlichkeit zu treten. Ja. Also auf jeden Fall dein Star oder deinen Dschungelkönig so nennen, die sich ja, wenn die da gewinnen soll, Reike Immel werden. Ja, doch, dem gönne ich das. Ja. Den finde ich bis jetzt am besten eigentlich. Ach, lustig wäre ja auch, wenn Bata Illiches würde. So der ganz Stille, so als alter König, der über allem thront. Ja, der hatte ja nicht schon irgendwie so einen Schwächanfall? Ja, der hatte ganz am Anfang einen Schwächanfall, als sie eingezogen sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das bis zum Ende durchzieht. Ich bin ja mal gespannt, wenn er die erste Prüfung machen muss. Oh ja, da bin ich auch gespannt. Aber das Publikum schont ihn noch. Ja, noch. Ja, weil ihn, ich glaube, alle mögen den. Und der ist sympathisch und... Ja, eben, weil er ruhig ist. Ja. Ach, wir haben gar nicht über den Homosexuellen gesprochen. Den Ross? Ja. Ja. Oh, der ist sowas von Infantil, mit seinem Gejaule, mit seinem Getanze. Oh, der geht gar nicht. Ich glaube, Ross ist irgendwie noch ein Kind, ne? Ja, also der ist ja ganz schrecklich. Ja. Also ich kannte den ja nur noch von Broses damals. Ja. Und, aber dass der wirklich so beknackt ist, wusste ich nicht. Also, als er dann schon ausgestiegen ist aus dem Auto mit seinem Tanzen und, oh mein Gott. Aber man kann ihm irgendwie nicht böse sein. Du schon. Ich schon, ja. Ich mag es schon. Also du... Ah, Tanja ist ganz hart. Tanja ist ganz radikal. Nein, so schlimm bin ich ja auch nicht. Aber, also der Ross, der geht gar nicht. Weil vor allen Dingen, ähm, dass dieses Mitleidstuhl irgendwie, ja, warum wählt mich das Publikum immer? Weißt du, was ich auch so lustig fand vorgestern? Da sagte er, er kreischte so rum und kriegte sich gar nicht mehr ein. Fing fast an zu weinen, dass er vier Tage seine Unterhose nicht gewechselt hat. Du Levenjot noch mal. Pinkelt er jeden Tag in die Unterhose oder was ist da los? Ja, irgendwie, ey gut, normal ist es ja schon, dass man das so macht, ne? Aber in einem Camp sind die sich ja doch im Vorfeld schon dessen bewusst, dass man da nicht irgendwie overstylt und täglich frische Kleidung. Kann man doch mal aushalten, ist doch nicht schlimm. Ja gut, ich könnte jetzt nicht, aber... Ach, können wir alle. Na, ich nicht. Ach, Tanja. Naja, ich bin da pingelig, echt. Tanja, ich danke dir für das nette Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Und wir beobachten die Szene weiter mit Argus-Augen. Machen wir. Und, äh, naja, mal sehen, ob dein, äh, ob du richtig liegst mit deinem Tipp. Ja, ich bin mal gespannt. Alles Gute. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Bitte, tschüss. 0800 220 50 50, das war unsere Ecke, klar, klatsch und trat. Und jetzt geht es weiter mit, äh, mit Sandra. Und Sandra ist, äh, 17. Hallo Sandra. Hallo. Hallo Sandra. Und was geht's denn bei dir? Also ich möchte ein bisschen was über mein Leben erzählen. Ja. Und zwar, ähm, ich habe Drogen genommen und, ähm, bin auf den Strich gegangen und darüber möchte ich ein bisschen was erzählen. Ähm, lass ich mich mal kurz einfach nur fragen, was für Drogen hast du genommen? Also ich habe Koks genommen, Amphetamine. Ja. Ja. Also Spät. Ja. Und, ähm, Cannabis. Heroin nicht? Nein, Heroin nicht. Ich habe totale Phobie vor Spritzen. Ja. Äh, 17 Jahre bist du jetzt erst alt, ne? Sagst du? Ja, genau. Und du sagst, du bist auf den... Ich bin jetzt aber auch jetzt bald 18, also vier Monate. Ja. Und du sagst, du bist auf den Strich gegangen. Wie alt warst du, als du auf den Strich gegangen bist zum ersten Mal? Ich war 15. Wie kam das? Also, ähm, das hat alles sehr, sehr früh angefangen mit meiner Geschichte. So mit 12, 13 haben sich meine Eltern getrennt. Mhm. Und da bin ich in starke Depression gefallen, habe mich angefangen zu schneiden und war halt Selbstmord gefährdet. Dann kam ich in eine Klinik dagegen, da war ich dann ungefähr 14. Mhm. Und nach der Klinik kam ich dann in eine andere Stadt ins Heim. Mhm. Und dann habe ich halt falsche Leute kennengelernt, habe mit dem abgehangen und, äh, die haben mir halt Drogen gegeben. Und nach der Zeit wurde ich dann halt abhängig davon und wollte immer mehr und immer mehr. Ja, aber ich hatte das Geld nicht dazu. Und dann hatte ich eine Freundin gehabt, die ist auch auf den Strich gegangen für ihre Drogen. Mhm. Und die hat mich dann mitgenommen und ich habe viel Geld verdient. Also mit 15 Jahren, wo geht man denn dann da zum ersten Mal hin? War das ein Straßenstrich oder am Bahnhof? Ja, ein Kinderstraßenstrich. Kinderstraßenstrich. Mhm. Ja, genau. Das war doch bestimmt sehr schlimm für dich die erste Zeit, oder? Also ich habe meistens immer unter Drogen gestanden. Ja. Es gab auch Tage, da habe ich nicht unter Drogen gestanden. Also ich habe es fast jeden Tag gemacht. Mhm. Warst du denn dann auch noch in dem Heim? Nein, da bin ich dann rausgeflogen. Also nachdem ich schon auf den Strich gegangen bin und die haben das rausgefunden, haben die mich rausgeschmissen. Dann habe ich auch eine Zeit lang auf der Straße gelebt oder bei einer Freundin mal übernachtet oder so, bis sein Jungdarm mich in eine Wohnung gesteckt hat. Und man hat gesagt, da kannst du wohnen und so, das ist kein Problem, mach dein Ding und so, fertig, aus. Also die haben dich in eine Wohnung gesteckt, ohne sich weiter um dich zu kümmern? Ja, weil die die Zeit dazu nicht hatten und niemand hatten, der mich betreuen konnte. Aber die konnten mich halt nicht auf der Straße sitzen lassen. Ja. Nein, wollten sie mich nicht mehr tun. Jetzt bist du 17, bald 18. Ja, genau. Wie ist denn die Situation jetzt zur Zeit? Also im Moment, ich habe dann jetzt, Anfang letztes Jahr habe ich einen Selbstmordversuch hinter mir gehabt und da hat mich zum Glück ein Freund gefunden und wäre ich jetzt nicht mehr da. Was hast du? Tabletten genommen? Ja, Tablettenvergiftung habe ich gehabt mit Alkohol und viel Koks in mir gehabt und war ein schlechter Mix halt. Aber ich wollte mich umbringen. Also ich habe das extra genommen, extra viel genommen, extra viel Alkohol getrunken. Und irgendwann war ich dann weg. Und dann bin ich noch im Krankenhaus aufgewacht und hatte dann auch Nervenzahnbruch und so. Das war dann so. Und dann bin ich auch wieder nach Hause, meine Wohnung. Und dann habe ich mir einfach so gedenkt, dass ich das nicht mal will. Ich habe mich dann so dreckig gefühlt und von den ganzen Männern benutzt. Und dann habe ich mich an mein altes Heim gewendet, an die Leiterin dort. Die hat mir dann einen Entzug empfohlen. Und das habe ich dann auch gleich darauf gemacht. Also eine Woche später war ich dann im Entzug gewinnt. Da warst du, um es nur mal einzuordnen, wie alt? Da war ich noch 16. 16. Nein, nein, nur 16. Aber immerhin, du hast dich dann eigenständig an die Heimleitung gewandt und bist dann auch in den Entzug gegangen. Genau. Und dann? In dem Entzug haben sie mir halt empfohlen, weil ich halt schon einen starken Entzug hatte. Und da kommen dann alle zusammen die Schmerzen und so. Und habe denen auch meine Sache geschildert. Und die haben mich dann in eine Therapie gesteckt. Da war ich dann drei Monate lang gewesen. Habe den Tag wieder mitgemacht und bin früh aufgestanden. Das war auch ziemlich schwer für mich, weil ich mittags um zwei aufgestanden bin. Also ich habe keinen normalen Rhythmus mehr für mich. Ja, aber immer durchgezogen. Ja, und habe ich komplett durchgezogen. Und dann hat das Jungdamme gesagt, weil ich das so toll gemacht habe, kann ich zurück in meine Heimatstadt. Sie geben mir dann eine Chance. Sie geben mir eine Wohnung. Und da muss ich schon ein Teil bezahlen jetzt auch im Moment. Aber das bekomme ich von meinem Unterhalt bezahlt. Das heißt, also durch deine Eigeninitiative bist du bis heute auch, ich sage mal, clean geblieben. Du hast also keine Drogen mehr genommen. Nein. Und bist du bis heute auch dann nicht nochmal auf den Strich gegangen? Nein. Das ist auch eine tolle Leistung, muss ich dir sagen. Ja, ich hatte auch viel, viel Ansporn, weil ich wollte mein altes Leben wieder zurück. Ich wollte meine Familie wieder. Weil ich habe seit ich 14 Mal keinen Kontakt mehr zu meiner Familie gehabt. Bis jetzt vor einem halben Jahr. Und der Kontakt ist jetzt wieder zu deiner Vater und Mutter, ist wieder da? Ja, der ist wieder da. Also mein Vater hat wieder geheiratet. Der ist auch sehr glücklich mit seiner Frau. Die ist zwar viel, viel jünger wie er. Die ist 24 und er ist 43. Ja. Und der Kontakt zur Mutter? Der ist auch da. Der ist auch da. Wussten die, wie tief du gesunken warst und wie schlimm du abgestürzt warst? Nein, die haben gar nicht gewusst, wo ich bin. Also nachdem ich aus dem Heim rausgeflogen bin, haben die gar nicht mehr gewusst, wo ich bin und was ich mache. Und auch wo ich dann von der Frau komme habe, haben die nicht gewusst, wo ich bin. Die wollten auch irgendwo nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich halt so schwierig war. Dann hast du ja jetzt in deinen jungen Jahren schon eine irrsinnige Erfahrungspalette von Lebenserfahrung hinter dir. Ja, das was du jetzt hinter dir hast, hat manch einen 40-Jähriger oder 50-Jähriger nicht. Genau, das habe ich auch schon oft gesagt bekommen. Ja. Ich bin auch ziemlich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Das kannst du auch sein. Das kannst du auch wirklich sehr sein, finde ich. Dankeschön. Sehr, wirklich. Das sage ich dir nicht, um dir nett zuzusprechen, sondern das meine ich ernst. Wenn man sich selbst aus so einem Sumpf und du warst richtig in der Gosse, tiefer geht es ja gar nicht mehr, da so rausholt. Was hast du denn jetzt für, du musstest ja weitergehen. Du hast jetzt eine gute Grundlage geschaffen, wie soll es weitergehen? Also ich mache Schule, bin ja eingestiegen, neunte Klasse. Ja. Und mache nächstes Jahr die andere Hälfte. Also dass du schon mal einen Hauptschulabschluss hast dann? Genau, genau. Ja. Ich möchte gerne dann meine zehnte Klasse auch machen und dann halt Ausbildung machen. Mein ganz normales Leben wieder führen. Ja. Was für eine Ausbildung möchtest du gerne machen, in welchem Bereich? Also ich würde gerne Altenpflegerin mögen. Altenpflegerin, ah ja. Ah ja. Weil mir das ja viel Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten und gerade so mit den alten Menschen. Also ich habe vor drei Jahren auch meine Oma verloren. Ja. Und das war auch sehr schlimm für mich. Ja. Ich konnte nicht mehr durchgehen. Also auch das finde ich eine sehr gute Entscheidung. Das ist ein sehr wichtiger und sehr ehrenwerter Beruf, den du da anstrebst. Wie ist das denn jetzt so, wenn man aus so einer ganz anderen Welt kommt, muss man ja eigentlich auch all die Leute, die man früher gekannt hat, muss man hinter sich lassen. Ja, ganz genau. Weil die bringen einen nicht mehr. Ich habe keinen Kontakt mehr. Ich habe gar keinen Kontakt mit niemanden mehr. Also ich habe jetzt hier zwar auch wieder, meine Heimatstadt, habe ich jetzt auch wieder zwei, drei Freunde, aber ganz neue Freunde. Ist aber schwierig, ne, glaube ich, sowas dann aufzubauen. Ja, sehr schwierig. Ja. Das aufzubauen und wie Anfangszeit habe ich viel zu Hause gehuckt oder war bei meiner Oma oder bei meiner Mutter oder mit meiner Schwester mal weg. Wie finanzierst du dich jetzt? Kriegst du jetzt irgendwie Beihilfen? Nein, ich kriege Unterhalt von meinem Vater und das Kindergeld. Ach so. Das reicht mir, zu leben. Aber da kommst du so einigermaßen über die Runden. Ja, aber ich arbeite noch abends, also das kommt immer drauf an. Was machst du? Also ich tue als Kellnern, also das habe ich mir schwer überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, weil ich es auch mit Alkohol zu tun habe. Aber ich habe halt auch Geld gebraucht, also mir reicht zwar gerade so zum Leben, aber zum Besserleben brauche ich halt einen Job. Aber das hast du im Griff und nicht, dass du da irgendwie Gefahr läufst, da irgendwie abzurutschen, wieder durch den Job? Nein, nein, also am Anfang war es schwer für mich, aber jetzt nach der Zeit ist es normal für mich und ich habe auch kein Verlangen mehr danach, überhaupt kein Verlangen mehr. Auch wenn es mir jetzt schlecht geht oder so, habe ich nicht das lange mit zu schneiden oder Alkohol zu trinken oder irgendwas anderes, habe ich nicht mehr. Ich habe auch noch therapeutische Unterstützung, also da gehe ich auch mal die Woche hin. Ach so, das läuft nach wie vor. Ja, das habe ich selber gewollt. Ja. Mensch, du bist immer eine resolute junge Frau. Ja, danke schön. Ja, wirklich. Ich glaube, deswegen finde ich toll, dass du angerufen hast und dass du das ja auch so offen erzählt hast, dass du dem einen oder anderen jungen Mädchen oder vielleicht auch jungen Mann, der so in deiner Situation jetzt ist, in der du vor ein paar Jahren warst, hast du dem Mut. Da kannst du Mut machen. Du kannst viel mehr Mut machen, als wenn irgendwelche Psychologen was erzählen oder wenn ich ihr was erzähle, weil du hast es erlebt am eigenen Leibe und da hat deine Stimme Gewicht, glaube ich, bei Leuten, die betroffen sind. Ja, das wollte ich auch damit erreichen. Ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, ob ich mal bei euch anrufen sollte und war auch immer sehr begeistert von dir und deinen Mitarbeitern. Also, finde ich klasse, was er macht. Vielen Dank. Und das einfach durchzubringen, dass man es schaffen kann, wenn man es wirklich will. Ja, das hast du wirklich jetzt gut rübergebracht, Sandra. Ja. Also, ich gratuliere dir nochmal wirklich und ziehe den Hut für das, was du geschafft hast und bin guter Dinge, sehr guter Dinge, dass du die nächsten Schritte auch schaffen wirst, nämlich dann die Schule, Ausbildung und dass du dann irgendwann in deinem Beruf sein wirst, der dir Spaß macht und du dann wirklich auch für dein eigenes Leben wirst gut sorgen können. Da bin ich guter Dinge. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du angerufen hast und alles Gute weiterhin. Kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne, Sandra. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Nils, 21. Hallo, Nils. Hi. Hi. Um was geht's? Ja, und zwar geht es darum, dass ich in meiner Freundin seit über einem Jahr keinen Sex mehr richtig habe. Oh. Und ja, wir sind seit drei Jahren zusammen dreieinhalb Jahre. Sind jetzt dreieinhalb Jahre. Und seit einem Jahr läuft gar nichts mehr? Nein. Überhaupt nichts? Auch nicht ein bisschen fummeln oder streicheln? Ganz, 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 ganz selten. Also streicheln und so schon, aber mehr nicht. Aber nicht im sexuellen Sinne streicheln, sondern nur so? Nur kuscheln. Nur kuscheln. Wohnt ihr zusammen auch? Ja, ja, klar. Seit zwei Jahren. Ist sie in deinem Alter ungefähr? Ja, genau. Sie ist ein Jahr jünger wie ich. Ja. Das liegt, davon gehe ich erstmal aus, das liegt nicht an dir. Du würdest schon gerne. Ja, natürlich. Ja, warum will sie nicht? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vor allem bin ich ja auch der erste Mann gewesen. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, aber das kann ich mir auch nicht so richtig erklären, warum es halt. Vor allem ist es auch nicht vorgefallen. War das denn die erste Zeit, die ersten anderthalb Jahre oder zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre, war das so gut? Ja, das war super. Das war echt, das lief alles ganz klasse. Und meine Sohn, die Beziehung ist eigentlich soweit auch intakt. Das war wirklich ein Verbruss, das ist rein sexuell. Hörte der Sex dann von heute auf morgen auf oder hat sich das allmählich ausge... Das hat ein bisschen abgeschwächt. Zuerst mal, nee, ich habe keine Lust, konnte ich auch verstehen. Und dann kam das nach Arbeit, nee, ich möchte nicht unter dem, war das komplett Funkstille. Hast du sie denn mal gefragt, was los ist? Ja, hab ich ja. Ja, na klar. Und dann? Sie kann mir da keine richtige Antwort drauf geben. Was für eine Antwort gibt sie denn, wenn sie schon keine konkrete Antwort gibt? Mir ist sie halt einfach keine Lust. Und das Ding ist, sie wird auch immer dann so ein bisschen recht gereizt. Also sie wird dann schon... Weil ihr das unangenehm ist wahrscheinlich, darüber zu sprechen? Denke ich auch, ja. Also sie ist da eigentlich in dem Punkt, hat sie, sag ich mal, Scheuklappen auf. Ja, entweder weiß sie es oder ahnt, warum das so ist. Oder sie weiß es wirklich nicht und... Ich denke mal, sie weiß es. Mir braucht schon zu ihr, sag ich, wir können nochmal zur Paartherapie gehen oder sonstiges. Ach, du meinst, sie weiß es? Denke ich, denke ich. Und du hast den Vorschlag gemacht, zu einer Paartherapie zu gehen? Und daraufhin? Ich möchte sie nicht. Möchte sie nicht? Nee, ich möchte sie nicht. Und wenn du ihr sagst, wie stellst du das denn vor? Ich bin ein junger Typ von 21, ich habe einfach Bock, ab und zu. Ja, dann sagt sie ja, dann machst sie halt selber. Und wenn du sagst, das reicht mir aber nicht aus? Ja, dann habe ich Pech gehabt. Das ist halt total schwierig. Ich meine, weißt du, ich meine, ich habe auch einen großen, großen Freundeskreis. Und da lernt man auch Mädchen kennen und und und, ja. Ja, klar. Und es ist halt unwahrscheinlich schwer, da nicht zu widerstehen, ja. Natürlich, ja klar. Das machen wir selber. Du bist aber sicher, dass sie keinen anderen hat? Nein, das weiß ich. Das ist auf jeden Fall auszuschließen? 100%, ja, das weiß ich. Weißt du denn, ob sie sich selbst befriedigt? Macht sie auch nicht. Macht sie auch nicht. Bist du sicher? So ziemlich, ja doch. Also, das lehnt sich generell komplett ab. Ich finde das, ich weiß nicht, von das Ding ist es erst, wie gesagt, seit einem Jahr. Also von heute auf morgen, mehr oder weniger. Und es fällt unwahrscheinlich schwer, für mich halt auch. Und das ist auch oft ein Streitthema im Prinzip. Nur das einzige Streitthema. Zu Recht auch. Völlig zu Recht. Und sie hat eine Verhaltensweise und eine Haltung angenommen, die natürlich nicht geht. Und die auf Dauer auch nicht funktioniert. Vor allem habe ich auch schon gedacht, vielleicht ist ja irgendwann mal was passiert. Vielleicht. Aber das weiß ich nicht. Sie sagt es mir nicht. Mich wundert dann, dass es zweieinhalb Jahre sehr gut ist. Was heißt, was meinst du passiert? Jetzt vor kurzem oder ganz früher mal? Ich weiß nicht. Vielleicht ist ihr irgendwann mal was passiert. Vielleicht, ja. Ich weiß es nicht. Weißt du? Alles ist möglich. Es ist möglich, dass sie einfach keinen Bock mehr auf dich hat, weil du sie nicht anmachst, weil du für sie nicht mehr attraktiv bist. Kann ja sein. Ja, das sagt sie mir aber. Sie finden mich ja unheimlich toll und wir lieben uns ja auch so. Das ist halt wirklich das eigene Thema. Und dann kommt noch dazu, also ich denke mal, dass es so ist, dass sie schon, denke ich mal, Bock hat auf einen anderen. Dass sie Bock hat? Auf einen anderen Typen, das denke ich mal. Weil ich ja, sie kennt ja nichts anderes. Sie kennt ja nichts anderes. Pass auf, dann mach doch mal deinen revolutionären Vorschlag. Dann sag dir doch mal, pass mal auf, liebe Sohn so, die Situation ist verfahren. Wir lieben uns. Wir schließen jetzt einen Pakt. Wir lieben uns beide und wir sind zusammen. Ich habe Bock, ich muss unbedingt jetzt mal guten Sex haben. Du gibst mir die Freiheit, etwas zu unternehmen mit einer anderen Frau. Und ich gebe dir die Freiheit, dass du auch mal mit einem anderen Mann was machen kannst. Ja, aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht, aber ich bin also, erst mal könnte ich das nicht. Könntest du nicht? Das könnte ich nicht. Also ich könnte dann nicht irgendwie mich danach noch mit ihr zusammen ins Betting oder so. Interessant wäre nun mal, wie sie darauf reagieren würde. Wahrscheinlich auch abweisen, oder? Natürlich. Also sie schlägt das generell ab. Also, Nils, das ist natürlich kein Zustand. Somit könnt ihr nicht die nächsten zehn Jahre verbringen. Das ist es. Da wirst du irre. Da wirst du verrückt. Und irgendwann wirst du fremd gehen. Ja, das ist es. Darauf habe ich nämlich Angst. So, und das musst du ihr klar machen. Du musst dir klar machen, dass das kein normaler Zustand ist, wenn man mit jemandem zusammen ist. Ich habe ja auch schon gesagt, ich habe ihr auch zum Witz gesagt, ne? Oh, pass auf, ich habe eine andere Frau kennengelernt, mit der habe ich auch geschlafen und und und. Da meintest du, das glaube ich dir nicht. Also doch, ist es okay so. Na gut, dann ist es halt auch, wenn wir es okay machen. Glaubst du dir das so? Ja. Also, naja, gutes Ding ist halt, ich weiß es nicht, ob sie das, ob sie geschlossen haben will, das weiß ich nicht. Ja. Du musst ihr klar machen, dass das nicht so geht und dass das über kurz oder lang in euren Ruin führt, dieses Verhalten. Das heißt, wenn ihr etwas an eure Beziehung und an dir gelegen ist und wenn da wirklich Liebe im Spiel ist, dann muss sie über ihren Schatten springen und muss auch etwas in die Waagschale werfen. Und in die Waagschale werfen wäre zum Beispiel dein Vorschlag, den ich sehr gut finde, dass ihr sagt, ihr geht mal zusammen zu einem kompetenten Menschen, zu einem neutralen Menschen und redet mal einfach miteinander, weil ihr offensichtlich nicht miteinander reden könnt. Das denke ich nämlich auch. Das muss sie machen, das muss sie erklären. Du musst ihr das klar machen, dass du das nicht aushältst. Ja, das ist es, ja. Das Problem ist halt einfach nur, dass sie oder beide auf das Thema anschneiden, dass sie absolut ablockt, dass sie mir aus dem Weg geht und sagt, nee, das ist... Dann musst du sie dazu zwingen zu dem Gespräch und wenn es erstmal eine Schreierei gibt, dann musst du sagen, pass mal auf, jetzt geht es so nicht, wir müssen jetzt reden. Wir müssen reden, weil unsere Beziehung auch auf dem Spiel steht. Und die steht auf dem Spiel, sage ich dir. Ja, definitiv. Definitiv, definitiv. Das Ding ist halt, ich habe schon so oft mir vorgenommen, also gut, ich mache Schluss, habe ich mir so oft gedacht, dass ich kann es auch irgendwo nicht, weil ich sage mal, ja klar, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber wir haben schon so viel durchgestanden. Wie ist denn dein, wenn ich dich fragen würde, liebst du sie noch, was würdest du spontan sagen? Ja, natürlich. Natürlich, so. Dann würde ich auch nicht sofort Schluss machen, dann würde ich auch erstmal alle möglichen Register ziehen und versuchen, was zu bewerkstelligen. Ja, das ist es. Und ich versuche das seit anderthalb Jahren jetzt knapp, oder seit über einem Jahr, sage ich mal. Nils, das ist der absolute Wahnsinn. Du bist 21 Jahre alt und deine Freundin schläft mit dir seit einem Jahr nicht mehr. Da steht wirklich alles recht auf deiner Seite. Und du kannst das verlangen, dass diese junge Dame mit dir irgendwo hingeht. Und du kannst auch von ihr verlangen, dass sie ihren Mund aufmacht. Und wenn sie ihr Mund, wenn es für sie schwer ist, wenn irgendetwas Schlimmes vorgefallen sein sollte, dann soll sie dir sagen, dass sie nicht sprechen kann, aber sie bemüht sich darum, dass sie alleine vielleicht zu einer Beratungsstelle geht. Aber sie muss irgendetwas machen. Sie muss etwas machen, weil sie wirklich dann sonst eure Beziehung kaputt macht. Und das musst du ihr so klar machen. Ja, vor allem, ich frage mich ja auch, die Menschen müssen ja auch irgendwann mal Lust haben. Ja, wahrscheinlich. Ja, das wundert mich ja auch. Deswegen, da kann man ja spekulieren, hat die Lust auf einen anderen Mann, hat die vielleicht gar keinen Bock mehr auf einen Mann, vielleicht trete ich auf eine Frau. Ich weiß es nicht. Irgendwas wird es sein. Vor allem von ihr Vertrieg ist ja, also ihre beste Freundin, das war meine beste Freundin. Was sagt die denn? Ja, der redet da auch nicht drüber. Was rät die beste Freundin, deine beste Freundin, die auch ihre beste Freundin ist, was rät die dir? Also sie weiß jetzt selber nicht mehr, was sie machen soll. Also sie haben schon so viel ausprobiert, ich habe schon so viel ausprobiert mit Spielen und habe meinen Ärger nicht mehr danach, das weiß ich nicht alles. Nein, ich glaube, das ist wirklich wieder so ein Klassiker, dass du das wirklich auf die Spitze fahren musst, damit die die Brisanz und den Ernst der Lage kapiert. Ja, ja. Aber dass es nicht nur Rederei ist, dass die auch nicht denken, naja, lass den mal quatschen, das ist eh gleich wieder gut. Nein, die muss kapieren, diesmal ist es ernst. Vor allem das Ding, ich hatte mir eigentlich ein Limit gesetzt, ich hatte mir gesagt, okay, gut, bis zum 2.1. habe ich mir immer gesagt, gut, weil 1.1. Silvester, gut, macht man nicht, naja, gut, am 2.1., wenn das da wirklich nicht gut ist, dann kann er sich nicht. Pass auf, meine Sendung ist gleich vorbei. Ich würde dich, das überlege ich gerade, ich würde dich gleich gerne nochmal anrufen lassen von meiner Psychologin, von Simone, die dir noch die eine oder andere Beratungsstelle auch geben kann, als Adresse, wo ihr oder wenn alle Stück reißen, gehst du da alleine hin, hingehen könntest, ja? Sehr nett. Du legst bitte auf und Simone ruft dich gleich ein. Okay. Tschüss. Okay, tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören in der Technik Gunnel Blendin, morgen sind wir wieder da, 1.0 Radio ist live, 1.0 wieder auf Fernsehen, 1.1 Festival, gute Nacht, tschüss, bis morgen.